Natürliche Heilung für Bienen, ermüdet von den Fußballen? Entdecken Sie die natürliche Lösung für dieses schwerwiegende Fußproblem. Jetzt können Sie Ihre von Ballen betroffenen Füße mit sehr kraftvollen natürlichen Methoden vollständig korrigieren. Holen Sie sich das E-Book, mit dem Sie Ihre Füße innerhalb weniger Tage richtig stellen können. Informieren Sie sich über die besten Möglichkeiten, um die Schmerzen von Ballen zu lindern. Lesen Sie den Leitfaden, warum Sie eine Operation wegen Ballen vermeiden sollten. Erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile der Chirurgie beim Entfernen von Ballen. Erfahren Sie, wie Sie verhindern können, dass Ballen wieder auftauchen. Kennen Sie die verschiedenen Arten von Bunionsurgery-Alternativen. Seien Sie sich der Risikofaktoren für die Entwicklung von Ballen bewusst, besteht für Sie die Gefahr, dass sich Ballen bilden? Erfahren Sie die besten Methoden der Bunion-Behandlung. Finden Sie im Guide heraus, ob Bunions erblich sind. Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl der besten Schuhe für die Art der Ballen, die Sie für eine komfortable Bewegung haben. Erfahren Sie, wie Sie Ballen in Tänzen vermeiden können. Wissen Sie, was Sie tun können, wenn Ihre Bunion Sie verletzt. Kennen Sie die Top 3 Bunion-Its für Sie zu versuchen. In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie Bunions auf natürliche Weise behandeln. Befreien Sie sich von hervorstehenden Ballen mithilfe von sehr wirksamen Natur- und Hausmitteln. Probieren Sie die im E-Book vorgeschlagenen natürlichen Heilmittel aus und holen Sie sich ein paar schöne Füße, ohne sich einer kostspieligen und komplizierten Operation zu unterziehen. Für einen Bruchteil weniger Cent werden die Ergebnisse umwerfend sein. Drücke den Ballen.Gionau.Rinfo-Link unten in der Beschreibung angegeben. Um den Leitfaden jetzt zu erhalten, verabschieden Sie sich für immer von den hässlichen und unangenehmen Bunions. Ballen.Gionau.Rinfo